Inzwischen war es vollends hell geworden und wir sahen, dass starke feindliche Abteilungen in unmittelbarer Nähe unserer Gräben gekommen waren und sich dort bereits eingegraben hatten. Einen Angriff aber wagten sie an diesem Morgen nicht mehr. Gegen Mittag nun ein sehr heftiges Artilleriefeuer von beiden Seiten. Während die folgende Nacht ziemlich ruhig verlief, setzte am 27. April die Kanonade bereits am frühen Morgen mit solcher Heftigkeit ein, wie wir sie noch nicht erlebt hatten. Granaten auf Granaten schlugen in unserer Stellung ein, doch wir blieben ruhig und kalt vor unseren Beobachtungslöchern liegen, jeden Augenblick eines neuen Angriffs gewärtig. Aber der Feind zeigte vorläufig keine Neigung dazu. Gegen Mittag krepierte der erste Volltreffer unweit von mir im Graben. Zwei Mann wurden getötet, einer verwundet. Nachmittags um drei Uhr riss ein zweiter Treffer Brust- und Schulterwehr um. Ich wurde umgeworfen und bis auf den Kopf, der glücklicherweise frei blieb, von den einbrechenden Erdmassen verschüttet, sodass ich glaubte, erdrückt zu werden. In diesem Augenblick krepierte die dritte Granate auf derselben Stelle und ein Splitter zerschmetterte mir die Lippen, Zähne, Zunge und Kiefer. Zuerst war ich betäubt, kam aber bald wieder zur Besinnung. Durch mein Jammern aufmerksam geworden, kamen einige Kameraden heran und befreiten mich, der Gefahr nicht achtend aus meiner schlimmen Lage. Dann legten sie mir einen Notverband an. Noch heute denke ich mit Freuden an diese Tage, da der Feind sehen musste, dass wir eine für uneinnehmbar gehaltene Stellung nicht nur erobern konnten, sondern auch zu verteidigen wussten und behaupteten.